Heute geht es um das Thema Einschulung und das ist mein Beitrag dazu. Hallo, hier ist die Anne Mone von Lächeln aus Papier. Ich begrüße euch recht herzlich zum sechsten Video-Hop von Stempelparadies & Friends. Und heute geht es um das Thema Einschulung. Ich habe es bereits gesagt und das ist meine Karte dazu. Das ist eine Viper-Karte. Die gibt es eigentlich schon relativ lange. Und bisher habe ich sie nur gemacht als Karte quer und dann kam oben praktisch dieser Winkel raus. Und das ist mal für mich auch eine neue Variante. Und heute gibt es eine für einen Jungen. Ich habe hier mit Wassermelone gearbeitet und hier wird es dann Blaubeere sein. und habe hier mit dem Designpapier das Beste im Leben. Da habe ich mir das Papier herausgesucht. Und lediglich die Schultüte habe ich aus einem älteren Designpapier. Das mit den Regenbogen. Das wäre Sonnenschein und Regenbogen. Das habe ich genommen, weil das halt doch relativ gut dazu passt und aussticht von diesem Hintergrund. Also Material. Das wäre jetzt hier die Rückseite zum Beschriften. Das wäre Blaubeere, der Farbkarton 14,3 x 10 cm. Dann den Aufleger 9,5 x 13,8 cm. Also das ist die Rückseite. Und jetzt kommen wir zur Vorderseite. Da habe ich ein Stück Cardstock in Grundweiß mit den Maßen 14,85 x 14,5 cm. Die Mattung 14,3 x 10 cm. Das Designpapier 13,8 x 9,5 cm. Dann habe ich hier einen Streifen. Der ist in Blaubeere 14,3 x 1,8 cm. Und hier das Designpapier hat die Maße 13,8 x 1,5 cm. Dann das wäre hier dieser oberen Riegel. Der hat die Breite 2,5 cm. Die Länge 14,5 cm. Dann hier die Mattung vom Cardstock ist 10 x 2,3 cm. Und das Designpapier hat die Maße 9,5 x 2,3 cm. Dann hier das kleine Stück. Da ist der Cardstock 1,8 x 2,3 cm. Und das Designpapier 1,5 x 2,3 cm. Hier, das ist dieser untere Teil. Das untere Teil hat die Maße 14,5 x 5 cm. Die Mattung hat die Maße 4,5 x 10 cm. Und der Aufleger die Maße 9,5 x 4,2 cm. Und hier dann noch dieses Seitenteil. Die Mattung 4,5 x 1,8 cm. Und dann hier 4,2 x 1,5 cm. Dann habe ich hier noch einen Streifen. Das wird praktisch dann diesen Mechanismus geben. Der ist 9 x 1,5 cm. Dann braucht man natürlich noch so ein paar Sachen. Also die Tützuckertüte oder Schultüte. Die habe ich ausgestanzt mit den Dreiecken. Mit diesen bestickten Dreiecken, der drittgrößte. Die sind leider nicht mehr am Programm. Aber das kann man sich ja auch so zuschneiden. Dann brauchen wir noch einen Kreis. Da kann jeder auch das nehmen, was er hat. Das wird dann hier oben dieser Teil von dieser Schultüte. Und den habe ich auch aus einem älteren Set. Und zwar aus den feierlichen Anhängern. Hier oben dieser Kreis. Aber einen Kreis hat sicher auch jeder. Und dieses Teil hier oben. Das ist das Teil hier von der Erdbeere. Wobei man das auch so zuschneiden kann. Aber das fand ich eigentlich recht witzig. Und die Schleife. Die ist wiederum aus dem Set frisch und knackig. Da ist dann auch bei den Stanzen eine kleine Schleife dabei. Und zu guter Letzt die Buchstaben. Also die Beschriftung Endlich Schulkind. Die sind aus den Stanzformen Mini-Alphabet. Das waren jetzt sehr viele Sets, die ich hier verwendet habe. Aber gerade jetzt für die Schultüte. Das kann man ja auch anderweitig lösen. Das muss man ja nicht unbedingt so machen. Aber ich fand das jetzt hier mit, zum Beispiel mit dieser Blüte hier. Oder mit diesen Blättern oder Blütenstand von dieser Erdbeere eigentlich recht witzig. So. Und ich denke, dann können wir die Karte gemeinsam gestalten. Alle drei Elemente von der Karte werden gefalzt. Alle an einer Seite bei zwei und bei vier Zentimetern. Und werden hier auch bei zwei und bei vier Zentimetern. Und werden so im Zickzack-Muster gefaltet. Und hier auch bei zwei und bei vier Zentimetern. Und jetzt muss ich zunächst mal die Mattung und das Designpapier aufkleben. Und hier auch bei zwei Zentimetern. und hier auch bei drei Stream. ich hab das ganze jetzt aufgeklebt wer mag kann ja hier auch noch an den seiten teilen das dann auch noch dekorieren das möchte ich aber jetzt nicht machen die maße werden dann die gleichen wie dann jeweils das teil oder hier so und jetzt kommen hier die entsprechenden buchstaben drauf also endlich schulkind und dann gestalten wir den hintergrund und dann kommt der mechanismus dran und dann kommt der so dass er jetzt erledigt und ihr seht das schulkind passt jetzt hier genau auf die 9,5 zentimeter und jetzt können wir die karte so langsam gemeinsam gestalten ich gebe jetzt die beiden elemente hier an wobei ich oben das komplett links und rechts fixiere und hier unten in dem bereich dann nur auf der linken seite so jetzt komme ich zum mechanismus und zwar ist dieser streifen der 1,5 zentimeter breit und 9 zentimeter lang und den falls sich jetzt an der kurzen seite in der mitte dann drehe ich mir das ganze und falls bei fünf zentimeter nur bis zur pfalz linie so dann nehme ich mir einen kleistift also das wäre jetzt hier die markierung und die längere seite schneide ich mir hier ein teil raus und jetzt drehe ich das ganze und markiere mir hier auf der rückseite 1,5 zentimeter von links und 1,5 zentimeter von rechts und machen wir jetzt hier noch mal ein punkt und falls sie jetzt diese gestrichelte linien kann ich mit dem fall stift machen oder dann auch hier mit dem schneidebrett manchmal ist besser mit dem fall stift so und einmal die seite und jetzt klappe ich das ganze hier so zu dieser oberen kante so dass das gerade ist so das wäre unser element die seite kann ich angeben hier kommt unsere schul tüte dran und hier auf die seite jetzt nach oben zeigt kommt der kleber so hier kommt jetzt die schul tüte drauf das ist natürlich dann so dass die insgesamt maximal bis zu dieser kante gehen kann das würde für mich bedeuten da ich ja hier noch diesen oberen teil brauche dass ich die tüte kürzen muss also schneide ich hier am oberen teil ungefähr ein zentimeter ab also ich habe jetzt hier oben platz bis zu dieser bis zu diesem element und jetzt markiere ich mir hier diese linien und schneide mir hier von dem kreis die seiten ab und könnte die jetzt hier so dahinter kleben also die schul tüte würde jetzt hier so rauskommen solange mein linker hier trocknet kann ich dieses schild aufkleben das positioniere ich so dass im geschlossenen zustand von der karte sich das hier ungefähr in der mitte befindet so meine schul tüte habe ich jetzt hier noch ein bisschen mit marke ein bisschen angemalt kann hier noch mal ein bisschen dann wirkt so ein bisschen plastischer und meine tüte meine schul tüte muss ich so an kleben dass sie hier noch ein bisschen platz hat um auszuschwenken also sie sollte maximal bis zu dieser kante hier gehen wenn es geschlossen ist und nicht hier unten überstehen dann mache ich jetzt hier kleber drauf und lass das auch erstmal das ganze soweit trocken ist dann kann ich schon mal eine trocken übung machen und testen wie das ganze und ob es überhaupt funktioniert das macht es also kann ich jetzt hier kleber drauf machen und das ganze auch ankleben wer möchte kann die karte dann insgesamt noch ausdekorieren bei der anderen hatte ich ja so ein paar blümchen dann noch gemacht aber hier glaube ich dass ich das ganze so also karte funktioniert und jetzt kommt noch die rückseite dran so die rückseite möchte ich auch noch gestalten habe ich hier aus dem set verziert formuliert dieses alle liebe alles liebe und das stempel ich jetzt mit blaubeere und dann habe ich noch drei herzen übrig die klebe ich jetzt hier auch nur mal hier unten noch in die ecke und dann kann ich das ganze auch aufkleben und dann ist meine karte für den schulanfang für einen jungen auch fertig hier wäre noch mal die für ein mädchen ja und das war's für heute wieder ich danke euch fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr einen daumen nach oben da lässt wenn ihr meinen kanal abonniert abonniert und ansonsten bis zum nächsten mal bleibt kreativ eure anemone und dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal